Von Regisseur Brian De Palma, Meister des erotischen Thrillers Suspense, Sensation. Dieses Model trägt mehr auf der Haut als Sie denken. Zehn Millionen in Diamanten. Das ist kein Spiel, dabei kann man drauf gehen. Denk dran, keine Namen und keine Waffen. Lauf! Die Nutte hat uns reingelegt. Sie ist mit den Diamanten abgehauen. Knappe vier Millionen. Für einen Abend nicht schlecht. Wo sind die Diamanten? Ah! Hier ist Johnny. Das weiß ich. Bruce Hewitt-Watz, sagt dir das was? Der neue amerikanische Botschafter. Von seiner Frau scheint es kein Foto zu geben. Ich soll sie also vor die Kamera kriegen. Nicolas Bardot? Am Apparat? Sie haben Mrs. Watts fotografiert. Ja, das ist... Ihnen ist wohl nicht klar, mit wem Sie es zu tun haben, Bardot. Wir wissen bestens über Sie Bescheid. Ich habe hier eine Vergangenheit. Wenn es auch nur ein Foto von mir gibt. Sie hat es so hingedeichselt, dass ihr mich aus dem Weg rollt. Darum geht's, um nichts anderes. Ich muss verschwinden. Es fehlt nur eins. Die Frau des Botschafters. Scheiße. Zwei Welten. Richtig eifersüchtig gemacht. Eifersüchtig? Ja. Eine Frau. Ich bin ein böses Mädchen. Richtig böse. Brian de Palmers. Femme Fatale.